Ja halli hallo. Da sind wir wieder zum nächsten Livestream. Sorry für die kurze Verspätung, aber Battle.net updated natürlich immer dann, wenn man es nicht braucht. Na wie immer. So folgender Plan für heute. Wir starten erstmal mit Diablo 3. Reaper of Souls machen den Kreuzritter ein bisschen weiter und danach ab halb zehn gibt es auf Community Wunsch eine Runde Day Set von mir. Ich hoffe mal, dass es dann funktioniert. Sollte eigentlich. Jetzt geht es aber erstmal los mit Diablo 3. Mit etwas längeren Ladezeiten heute. Jaja, da ist unser Kreuzritter. So, was hatten wir? Sprecht mit Leutnant Lovell. Ach, das ist der Typ, ne? Haha, ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodanen von den Kreuzrittern aus dem Kreuzritter ist. Aber irgendwie... Moment, Moment, Moment. ...sind Adria, Lea und Tyrael. Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. So. Irgendwie habe ich jetzt durch die Kopfhörer gar nichts gehört. Betretet die Waffenkammer. Oh. Okay. Geht zum Wachtturm der Bastion. Okay. Ich mache alles, was ihr mir sagt. Warte. Wann habt ihr euch entschieden, uns zu verraten? Vor 20 Jahren zog mich eine entsetzliche Macht nach Tristrad. Aber eben, Leoricks ältester Sohn bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun, endlich, ist sein großes Ziel zum Greifen nach. Autsch. Oh. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß ziehen. Hm. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin... Das oberste Übel. Gut gemacht, meine getreue Adriel. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Betretet das Portal zum Himmel. Wie Himmel sah das jetzt aber nicht aus, ne? Wie Himmel... Wollt ihr euch in den nächsten Akt begeben? Na toll. Ganz toll. Die zwei Minuten hätte ich im letzten Stream dann auch noch machen können, ne? Aber okay, dann beginnen wir diesen Stream halt gleich mit Akt 4. Auch nice. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren. Mein alter Feind. Du kannst dich nicht von mir verstecken. Egal, welche Form du annimmst. Zeige dein wahres Gesicht. Diablo. Wie immer, wie die Welt schafft. Wenn du den Wagen abkommst, hast du reserviert. Hier bist du schwer. Nun ja, da hätten wir unseren Diablo. Nun ja, da hätten wir unseren Diablo. Nun ja, da hätten wir unseren Diablo. Yep. Beim Kreuzrotter kennt ihr dann noch Akt 5. Rebo of Souls hat ja auch 5 davon. Und die Himmel ächzen unter der Last der Verderbnis. Ich werde diesem Übel ein Ende setzen. Ein für alle Mal. Nun ja, damit Akt 4. So. Dann fällt mir mal wiederum. Na? Oh, ich hasse das, ne? Wenn dann das... Wenn irgendwas verstellt. Und dann das Dashboard rumspinnt, ne? So, wie sieht's in meinem Inventar aus? Ich hab nen Gürtel. Ein seltener Gürtel. Äh... Ja. Ist nix Besonderes, dass ich zurück müsste. Imperius. Ihr wollt Diablo doch nicht etwa erneut gegenübertreten. Eure Wunden sind kaum verheilt. Die Himmel stehen in Flammen. Das ist eure Schuld, Tureil. Und ihr, Nephilim, werft einen Glück auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Wir wurden vom Aspekt der Tapferkeit verdammt. Das wird nicht einfach. Aha. Das Diamant-Tor gab es schon seit das erste Licht, die hohen Himmel berührte. Nun liegt es in Trümmern. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Die Tore hat nicht ihr zerstört. Dennoch habe ich die Menschheit verteidigt, als Imperius sie zerstören wollte. Und jetzt greift das oberste Übel sogar die Himmel an. Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Zweifel und Schwäche, Tureil. Imperius ist ein Narr. Und wenn ihr euch mit ihm gegen nicht stellt, seid ihr es auch. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Das sind schlimme Aussichten. Betretet das Vestibulum des Lichts. Äh. Okay, machen wir. Seht ihr die Zerstörung an, die ich gebracht habe? Es wird das Rizpe sein, was du sehen wirst. Eskatu, vernichte den Nephilim. Ich fürchte euch nicht, Nephilim. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Leif finden. Nur gut. Sehr schön. Gegner horten die... Super. Alter. Die Armee in der Zelle werden euren Leichnam zermalten. Die Schatten werden eure Seele verschlingen. Ähm. Irgendwie. Moment, meine Webcam ist irgendwie gerade abgestürzt. Ich gucke gleich mal nach, sobald ich hier durch bin mit den... ...Gegnern. So. Okay. Jetzt ist sie wieder so da. Sehr schön. Und da mir jetzt die Webcam rausgeschmissen hat, das weiß ich glaube ich selber nicht. Nun gut. So, gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Äh, so einen Sprecherpunkt. Außer einen Sprecherpunkt. Das werden wir bald wissen. So, 108. Und 115. Na. Nix, nix. Das Schicksal bedeutet mir nicht viel. Werdet ihr mir also helfen, oder werden wir der Zerstörung der Himmel einfach nur zusehen? Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilten wir uns. Hau hier. Ihr Engel der Hoffnung ist von Akanath im Rahmen der Verzweiflung entführt worden. Aha. Findet die Bibliothek des Schicksals in den Gärten der Hoffnung. Finden sie dies, finden sie das. Diablo halt. Die sind die Gärten der Hoffnung. Der Erzengel-Ordeos und Verzweiflung. So. Woh. Die war's und mach ich mal kaputt. Terror-Kolben. Okay. Naja. Das ist halt, nix besonderes, ne? Nix besonderes. Einen Streitkolben, den er wahrscheinlich nur der Magier wohl tragen können wird. Au. Der freut euch an eurem Sieg, mein Freund. Jo. Mach ich doch, mach ich doch. Okay, nice. Nice, nice, nice. So. Ähm. 404. Mit einem leeren Sockel. Ja, gut. Nicht viel alt. Hier ist ein Waffenständer. Aber auch wieder. Nix für uns. Achso. Könnte ich auch mal wieder zu machen. So. Äh. Ich vergesse halt auch mal, beziehungsweise das Menü zu schließen. Das sollte ich mir bei dem Spiel mal ein gewöhnen. Ich werde im Übrigen, ähm, gleich mal so vorneweg von Diablo 3, den, also die Season, die aktuelle Season wahrscheinlich nicht mehr anfangen dann. Weil, soweit ich weiß, äh, ist die fast vorbei. Ich glaube nicht, dass sich das noch lohnt, wenn ich da noch großartig, ähm, dann damit starte. Also, ich werde dann mal gucken, dass ich in der nächsten Season dann vielleicht einen Charakter starte. Ähm. Wo ist der jetzt hin? Ja, ja. Jetzt ist halt, glaube ich, gar nix mehr. Jetzt ist jetzt, glaube ich, nix mehr. Ja, wie gesagt, lohnt sich für mich nicht wirklich, dann noch eine Season zu starten jetzt. Oder in der Season noch einen Charakter zu starten. Und so rum. Es wird hoffentlich noch eine nächste Season geben. Wo ich dann vielleicht noch einen Charakter hochziehe. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Erstmal zurückgehen und vielleicht mal was abladen. Wäre vielleicht gar keine so üble Idee. Kamera läuft jetzt auch. Sehr schön. Sehr schön. Ähm. So, da tausche ich mal die. Der eine Schulterschutz hier, der hat aber... Ähm. Na, obwohl. Na ja, nee. Auch hier den Schaden von Dolchfäscher brauche ich eigentlich nicht unbedingt. So, das Schild. Das Schild. Mal gucken, ob ich eins zum Austauschen habe. Reduziert. Reduziert. Es hat einen Sockel. Das ist aber auch schon alles. Nehme ich mal das dafür raus. Dann haben wir ja noch den Gürtel. Ja. Dann haben wir ja noch den Gürtel. So. Den Rest verkaufe ich mal schnell. Richtig. Es muss auch Leute geben, die Ausrüstung verkaufen. Und das machst du jetzt. Bitte. Danke. So. Weitere geht's. Weitere geht's. Hey, I need this scene. Okay. Okay. Auch. Make this scene. Alter. Alter. Pff. Armeen strömen durch die Hallentore. Die Himmel werden zerstört sein. Erlange bevor du auf nur einen Schritt in den silbernen Turm setzen kannst. Ja, wenn du meinst. Wenn du meinst. Wenn du meinst. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis backen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Diablo brachte Verzweiflung über die Himmel. Doch nun herrscht wieder Hoffnung. Ich glaubte, Tyrael würde danach zu uns zurückkehren. Doch er bleibt verschollen. Ich muss weiterkämpfen und Diablos Höllenportale zerstören. Allein. Na toll. So, sehr schön. Eingrufslustig und Knoten. Hm, hm. Ähm, was haben wir denn? Das sieht gut aus. Das hat einen leeren Sockel, da müsste ich erst was einfügen. So, dann auch ein 107er Gürtel, aber... Ähm... Die Kristalle in diesen Hallen dienen den Engeln als Gefäße für ihre Weisheit. Sie sind mehr wert als all der Reichtum unserer Welt. Okay. Findet und vernichtet... Was? Den... Verderbten Auswuchs, unter dem das Tod zur Hölle auf der ersten Ebene der Gärten der Hoffnung verborgen ist. Im Namen des Lichts. Okay. Ha. Die Verderbnis war nordöstlich von hier am Stab. Achso, jetzt kann ich die Dinger kaputt machen. Okay. Hier ist irgendein Altar oder irgendwas. Keine Ahnung, was er zu bedeuten hat. Wenn es was zu bedeuten hat, werden wir es rausfinden. Dann werden wir es rausfinden. Ja, und wenn wir vorhin schon bei DayZ waren, also beim Thema DayZ, ich werde mir demnächst, ähm, auch noch H1Z1 zulegen. Ich werde da mal reinschnuppern, das wäre ja auch was für den Stream. Auf alle Fälle ein bisschen interessanter wie DayZ, wenn ich da alleine rumrenne. Wo ist die Heim? Gefangen, gebrochen. Ihr kennt die Wahrheit bereits. Ich werde siegreich sein. So. Au. 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 Aber gerne erst noch mal hier gucken gehen, gucken gehen, gucken gehen. Seh dir diese Garten an, jetzt triefen sie mit komischer Verdarnis. Okay. Das war wohl das, was wir finden sollten. Die gemeinsam über die hohen Himmel herrschen. Dann guck ich mir das dann an. An die sich alle Engel halten müssen. Jeder von ihnen verkörpert einen reinen Aspekt der Schöpfung. Tapferkeit, Gerechtigkeit, Hoffnung, Schicksal und Weisheit. Okay, hier passiert nichts. Nice. Nice, nice, nice. So, dann hatte ich aber hier noch einen Weg, den ich noch nicht lang gegangen bin. Gucken wir erst mal da. Es könnte vielleicht noch eine Truhe mit wertvollem Inhalt sein. Könnte. Das war aber nur anscheinend, dass wir diese komischen Dinger hier zerstören. Mehr war es wohl nicht. Ja, Akt 4. Dann neigen wir uns bei Diablo 3 auch so langsam aber sicher. Das wäre natürlich nice. Dann wäre dieses Projekt dann abgeschlossen. Also nicht, dass es mir keinen Spaß gemacht hat. War natürlich geil. Aber dann kann ich mich auch mal darauf konzentrieren, vielleicht was anderes zu streamen. Eventuell sogar mal ein PS4 Projekt. Ja. 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 Wie gesagt, da kann ich mich dann mal auf andere Projekte noch konzentrieren. Ich bin ja am überlegen, ob ich dann so als Teststream für die PS4 Projekte vielleicht mal Antildorn mache. Muss ich mal gucken. Weil ich habe ja jetzt vor mir eine Game Capture Card noch zu holen. Ich habe zwar die Elgato. Bei der Elgato habe ich allerdings das Problem, damit die PS4 da leicht ein leichtes Delay hat. Und sich die Elgato auch nicht so gut über OBS streamen lässt. Deshalb werde ich mir die Avamedia Game Capture Card holen. Als interne Capture Card. Und ja, dann werde ich das ganze nochmal versuchen. Wenn. Okay. betrete die zweite ebene der garten der hoffnung ach so das ist jetzt da okay okay speichelpunkt jawohl speichelpunkt ist neus wird dann privat vielleicht die story noch weiter zocken mit dem dämonenjäger um einfach mal zu gucken wie es da was das für ein unterschied mit dem schwierigkeitsgrad macht im gegensatz zum kreuzrotter weil der kreuzrotter könnte mir ein bisschen overpowered vor immer noch selbst in akt 4 ist der mir doch ziemlich stark oh Au. Au. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Ja, haben wir. Ja, und wenn es dann mit der Ava Media besser funktioniert, dann wird es auch mein Re-Let's-Play zu The Last of Us geben. Das hatte ich ja schon bereits angekündigt, weil ich ja gesagt hatte, dass mir die Qualität des alten Let's Plays nicht so gefällt. Die war zwar zum Ende hin dann relativ gut, aber am Anfang war sie halt ziemlich mies. Und das Game ist es mir auf jeden Fall wert, nochmal in ordentlicher Qualität zu erscheinen. So. ja jetzt noch wüsste welche richtung die richtige ist so wie sieht es im inventar schon wieder relativ voll schön wieder relativ voll 68 nur gut ja weiß ich dann auch mal wieder machen werde wird ein retro stream sein hatte ich ja jetzt schon länger nicht darum demnächst auch mal wiederkommen ich gebe dann die termine für dezember rechtzeitig bekannt damit ihr euch darauf einstellen könnt lasst mich doch mal weg und wie gesagt da wird auch ein retro stream mal wieder dabei sein so gut das mal da muss ich ja mal weiter zocken und dann gibt es auch noch andere retro projekte ich habe schon überlegt ob ich das erste fallout mal als live let's play machen soll im stream um um ja ich guck erstmal da lang ich weiß nicht dieser gesegnete altar ob ich da hin muss oder nicht keine ahnung naja da ist auf jeden fall das tor wo wir hin müssen okay gehe ich dann einfach mal zurück meine fressel ist das groß hier gibt aber auch jede menge geld hier muss ich sagen gibt auch jede menge geld auch sommer ja 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 Joach Schatzgoblin! 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 Alter! Na geht doch. Ach du bist überlastet, okay. Dann holen wir den ganzen billigen Rotzmaier raus. Das wir eh nicht brauchen. So, sammeln wir das bisschen Gold mal noch ein. Ja weg. Heiliges Sanctum. Au! Ah, diese kleinen Viecher, ne? Nerv! Ja da habe ich es bis zum vierten Akt mit dem Kreuzretter aber doch noch bis Level 39 geschafft, ne? Ich dachte eigentlich ich schaffe mehr. Aber da habe ich mich getäuscht. Okay, hier ist dann wahrscheinlich das Portal. Dann gehe ich jetzt einfach mal... Da rein. Gut, dann schließen wir jetzt dieses Tor noch. Und dann gucke ich mal, wo es zu diesem Altra ging und beziehungsweise was da noch ist. Interessieren wird es mich ja schon. Interessieren wird es mich ja schon. Das macht gar nichts. Was? Ach hier. Ich wollte Quatsch sagen, was denn? Die Höllentrure sind geschlossen. Ihr habt meine Erwartungen weit übertroffen, Nefalen. Aber wir dürfen keine Sekunde verbeugen. Schnell, ihr müsst zum silbernen Turm vordringen. Ach, muss ich das? Okay. Die Höllentrure sind geschlossen. Unwichtig. Alles wird von diesem hohen Himmel nichts mehr sein. Die ganze Schöpfung wird das Reich des Grauen sein. Ich werde aber trotzdem noch mal gucken gehen, was da... Also woher renne ich jetzt überhaupt richtig? Äh, ja. Da hatten wir auch gleich ein Portal in die Stadt. Das ist noch besser. Da kann ich nämlich gleich mal ablauten. Äh... So. Beleben sie gefallene Verbindete wieder, indem sie auf die Grabsteine klicken. Mach ich doch. So. Ja. Was haben wir denn? Ähm... Dämonenjäger. Ein seltener Umhang mit 146. Ähm... Dämonenäger. Ah... da nehme ich mal raus dann nehme ich mal raus ich würde mal sagen den 64 auch wenn der leben regeneriert aber das ja denke ich lohnt sich trotzdem krabbelt die nase ein 162 aber ohne sockel und ohne stärke kann den eigentlich mal rausschmeißen weil ja was will ich noch damit das halt es ist zwar legendär aber es ist halt so den brauche ich nicht was habe ich denn so an helmen das war ein 133er und das ist ein 138er ich habe hier aber schon ein bisschen mit besseres ok ok dann noch den dann noch den und was ist das Mensch Sollte ich mir neue kleidung suchen diese alten sachen werden so eng ist zu fett musst abnehmen ist zu eng ist so ähm so gut dann würde ich sagen dann verkaufen wir den Rest und der 22er bogen und der 22er bogen unser 13er bogen warte mal irgend so was billiges so gut der Rest fliegt beim Händler ich habe ein paar neue Waren für den Mann der die Bastion gerettet hat wollt ihr mal sehen nö will ich jetzt nicht so die Haltbarkeit sieht eigentlich noch ganz nice aus ja die passt noch die passt noch die passt noch so jetzt gucke ich aber mal was hier noch ist bei irgendeinem Grund müssen die Dinger ja haben na ist ja nun sicherlich nicht so dass die umsonst hier rum ruhig hin aha komm mal hin schulen mal ne Ruhe heute ist nicht euer Tag nur Spreu im Winde gut hier gibt es also wirklich anscheinend nix weiter also irgendwelche Schattenkrabbelviecher oder was auch immer jetzt war ich erschrocken ich habe auf die Karte geguckt Mensch ich habe auf die Karte geguckt das war es schön oder was das war es schon na gut da hätte ich auch vorne reingehen können ne so wo war jetzt das zweite da hinten okay da muss ich sowieso hin muss ich eh hin also kann ich da auch gleich nochmal runter gucken gehen nach meinen ohje mein Fußverkehr ist auch wieder da aber die Viecher sind schon nice ne die Viecher sind schon nice ach so ja das waren meine abgelegten Waffen die ich nicht mehr tragen konnte ja heiliges Sanktum das ist bestimmt auch nur so optional wie der Altarraum auch solange es Erfahrung gibt und ne Ruhe mit was drin was man verkaufen kann ist das ja nice was was erreicht die letzte Plattform war alter war es war war es es Das war ja fies. So, da ist die letzte Plattform, ne? Oder? Hat er die gemeint? Hat er die gemeint? Anscheinend. Naja, gut. Naja, gut. So, ähm. So. Ja, mein Freund. Ich bin wieder bereit, an eurer Seite zu kämpfen. Es war ein Fehler, sich der Verzweiflung hinzugeben. Ihr habt mir gezeigt, dass noch immer eine Chance besteht, zu siegen. Aber wir müssen uns beeilen. Diablo ist bereits auf dem Weg zum silbernen Turm. Ich verstehe es endlich. Euer Volk stellt sich dem Tod und der Finsternis jeden Tag. Trotzdem findet ihr den Mut, weiterzumachen. Es ist eine Ehre, einer von euch zu sein. Ja, ist ja auch schön. Ich wusste, dass ihr es mit der Zeit verstehen würdet. Sehr schön. Ich bin ja mal gespannt, was dann Akt 5 ist, ne? Was wir da hinten rangehängt haben. Weil Akt 4 war ja eigentlich der letzte. War ja eigentlich das Finale. Ja. Ach ja. Diese Versprechungen. Diese Versprechungen, so, am Lentor. Weil er die Flair. Die Flair ist größer, als selbst Tyra ihn vorausgesehen hatte. Wir können nur noch hoffen. Doch nun müssen wir Diablo aufhalten, bevor er den Kristallbogen über uns erreicht. Ja. Ja. Jojo. Wow. Ich bin mal gespannt. Diablo will den Kristallbogen an der Spitze des silbernen Turms verderben. Wenn er Erfolg hat, werden die hohen Himmel für immer verloren sein. Tyrael und ich werden uns dem Herrn des Schreckens selbst stellen. Okay. Tot im Silber und im Turm. Sehr nice. Ach echt? Ach jetzt sind wir's wieder. Ja. Im Silber. Du musst ihren tapferen Taten zum Trotz, ist doch das Einzige, was ihr wirklich erreicht habt, mich zu entfesseln. Ihr seid ein wahrer Retter, nicht wahr, Nephalle? Jep. Aber du hast ihn getötet. Und das oberste Übel auf dem Weg. Jei jei, äh... Wir sind wieder bei dem Shoot, ne? Ist klar. Ist klar. Ist klar. Ich habe mein Zuhause zwar verlassen, aber es so wiederzusehen. Jedwede Freude, die ich vielleicht empfunden hätte, jetzt noch genauer auf das Verlegen. Nach Oden, wir müssen zur Spitze gelangen. Jep, machen wir dann gleich. So, durchspielen werden wir Diablo 3 heute wohl dann nicht mehr, also den vierten Akt. Ich werde dann halb zehn ein kleines Päuschen einlegen und dann werden wir mit DZ starten. Mhm. Ja, wie gesagt, ich werde dann ein kurzes Päuschen einlegen. Ähm, werde mir was schönes, heißes zu trinken machen. Werde mir einen Bluffer drüber ziehen, weil irgendwie ist mir kalt. Ich weiß nicht warum. Und dann gibt's DZ. Ja. 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 Nein. Ich kannte Inarius vor langer Zeit, als er noch unter den Engeln weihte. Aber nach einiger Zeit wurde er des Kampfes gegen die Dämonen müde und er begann Boah, wie groß ist denn das hier? Alter! Wie groß ist denn das hier? Nichts. Könnte man so sagen. Ach ja, dieser Diablo. Was der auch immer so viel kaputt machen muss. So, auf die Karte gucken. Da bin ich hergekommen. Die Frage ist, wo muss ich hin? Die Frage ist, wo muss ich hin? Da hoch glaube ich aber eher nicht. Da ist nur noch ein Engel. Und hier auch gehe ich mal davon aus. Auch nicht. Oder auch nicht. So gut, dann hätte ich hier alles aufgedeckt. Dann gehen wir darunter. Ich habe mir schon fast gedacht. Hier habe ich mir schon fest gedacht. Hier habe ich mir schon fest gedacht. Hier halte den Kreuzzug nicht auf. Niemand hält den Kreuzzug auf. Ups. Der ist ganz schön zu fallen, der Gute. So, ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Nö, nö, nö. Au. Zack. Der hat mich einfach aufgespießt. Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Na gut, außer ein bisschen Erfahrung gibt es ja nichts. Die große Spanne. Gibt es da einen Speichelpunkt? Die Engel flüchteten sich dorthin und einige von ihnen, darunter Inarius und Lelith, verliebten sich ineinander. Ih. Die Kinder entsprangen viele dieser Verbindungen. Diese wurden die Nephallen genannt. Nun gut, dann würde ich sagen, ist hier eigentlich ein guter Punkt, mal ein Portal zu benutzen. Vielleicht auch nicht. Ich hoffe mal, der hat jetzt hier gespeichert. Moment. Irgendetwas ist hier anders. Okay, gucken wir uns das halt noch an. Seht aus, als wären wir beide in Ungnade gefallen, Torel. Hahaha. Komm schon. Begrüße deinen ehemaligen Leutnant. Wen? Wen? Er klemmt die Himmelszähne über dem silbernen Turm. Okay. Es ist halt nie so wirklich ersichtlich, wo es hier Speichelpunkte gibt und wo nicht. Aber hier gibt es einen Wegpunkt, sehr schön. Sehr schön. So, da gucken wir nochmal schnell. Gucken wir nochmal schnell. Okay. 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 Tausch den mal. Tausch den mal. Tausch den mal. So. Ähm. 104er Stiefel mit 89 Stärke. Täusche ich mal gegen die da. Sorry. So, dann den 150er Helm. Das verkaufe ich dann. Das verkaufe ich dann. Den da rein, den da rein. Das Barbar, den kann ich verkaufen. Das Zauberer nützt mir also auch nix. Ähm, Schild. Nice, aber... Hm. Gut. Dann würde ich sagen, hauen wir den Rest einfach raus. Ich habe ein paar neue Waren für den Mann, der die Bastion gerettet hat. Wollte er mal sehen. So. Und damit soll es das hier für uns auch gewesen sein. Wir sehen uns dann mit Diablo 3 im nächsten Stream. Ich werde jetzt, wie gesagt, ein kurzes Päuschen machen. Und, ähm... Wir sehen uns dann gleich wieder zu DayZ. Wir sehen uns dann gleich wieder zu DayZ. Und dann, ähm... Okay. Vielen Dank.